Gesundheit. Und da meine ich jetzt nicht nach dem Niesen, wenn die Nase gejuckt hat, sondern deine Gesundheit, meine Gesundheit, unsere Gesundheit. Das Gesundheitswesen, aka ein kranker Patient, aka ein kranker Kunde, ist mir lieber. Also es ist so meine subjektive Wahrnehmung ohne Hütchen und alles Mögliche, weil ich sehr oft den Arzt besuchen durfte, auch in den letzten Jahren. Einfach nur ein schönes, schnelles, knackiges Beispiel war meine Problematik mit dem Rücken. Hat ausgestrahlt in den Arm, in die Beine, bis es auch zu einer Taubheit gekommen ist. Teilweise Lähmung im rechten Arm, vor allem die Finger. Da hieß es, machen Sie mal ein bisschen Ibuprofen, machen Sie mal ein bisschen Akupunktur. Die müssen Sie selber bezahlen, weil nur ein Teil zahlt die Kasse. Und dann gucken wir mal. Vielleicht müssen wir sie aufschneiden. Der Sulculusnerv am Arm, da gucken wir mal, was passiert. So, Ende der Story war, man musste mich einfach nur mal kurz einrenken. Oben in der Brustwirbelsäule. Da gab es einen schönen Flock, der wurde runtergelegt, ich wurde eingerenkt, zack, bumm, ich habe keine Problematiken mehr. Weder in der Brustwirbelsäule noch in der Lendenwirbelsäule. Aber zunächst auch erstmal einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Hallo hier in die Runde zu unserer neuesten Edition. Heute soll das Thema sein, unsere Gesundheit. Das, was wir selbst schon erlebt haben, das, was wir wahrnehmen. Wir haben viele Besuche mit Jennys Opa beim Doc. Aber auch nach wie vor, ich durch meine Psoriasis und diverse andere Bewegungen, müssen wir darüber reden. Kinder, seid nicht so blauäugig. Ihr seid nicht forever 21. Ihr werdet auch immer mal die 30er knacken und die 40er knacken. Und wenn ihr proaktiv nichts für eure Gesundheit gemacht habt, werdet ihr im Alter dafür flächen müssen. Egal auf welche Art und Weise. Aber wie siehst du das ganze Thema Gesundheit? Gleich auch unser Gesundheitssystem. Man darf ja bei dir auch nicht vergessen, dass dann das Thema Cortison auch noch lange Zeit im Raum stand für den Rücken. Und das Cortison ist ja wieder komplett kontraproduktiv für die Schuppenflechte, ne? Ja, also, wie sehe ich das Thema? Ich sehe einfach das Thema, ja, also wir sind noch jung, toi toi toi, aber trotzdem, so langsam, merkt man, dass man älter wird. Ja, wir kriegen es beim Opa hautnah mit. Wir haben es in diversen anderen Fällen schon mitbekommen. Ja, wenn dir einfach bewusst wird, wenn Leute sterben durch Krankheit, wie jetzt zum Beispiel meine Oma letztes Jahr, dann wird dir einfach nochmal bewusst, dass Gesundheit einfach das allerhöchste Gut ist, was es gibt. Und meine Oma war wirklich ein Mensch, der sehr gesund gelebt hat. Also, die war mega sportlich, die hat sich super gesund ernährt, die hatte nie Übergewicht, also nie geraucht. Also, war echt ein super gesunder Mensch. Aber ja, es ist einfach so, dass man sich, bevor man krank wird, um seine Gesundheit kümmern sollte, also einfach präventiv arbeiten sollte. Und vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Herzblut und ein bisschen mehr Geld in die Prävention beziehungsweise in die Gesundheit stecken, dass man gesund bleibt. Wie immer, also, wie soll ich das sagen? Ich sehe super viele Leute, oder ich nehme das super oft auch bei Social Media und so wahr, Leute haben immer mega viele Wünsche, Ausgaben, egal, sei es jetzt für teure Klamotten, für Schuhe, für, keine Ahnung, irgendwelche Gegenstände, für irgendwelche Beauty-Behandlungen. Das fängt beim Friseurbesuch an, über Nägel, über, weiß ich nicht, was für Gesichtsbehandlungen und, und, und. Das geht ja bis ins Unermessliche, das geht ja bis hin zu Schönheits-OPs, Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Magen-OP. Ich weiß gar nicht, was es heutzutage alles gibt und ich meine, das ist auch alles schön und gut und das hat bestimmt auch alles seine Berechtigung, weil wenn du das Gefühl hast, du musst es machen, dann musst du es machen und es ist ja auch jedem seine Entscheidung. Aber ich finde es furchtbar schlimm, dass die Menschen bereit sind, so viele tausend Euro, sei es auch nur für ein Tattoo, für irgendwelche optische Dinge auszugeben und dann wiederum an sich selber geizen, um zu sagen, ey, ich kaufe mir einfach mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die ich morgens nehme. Und ich rede jetzt nicht von, ich meine, mittlerweile muss man ja sagen, als wir in dieser Branche gestartet sind, war das ja wirklich zum Teil noch so, dass die Leute geguckt haben, Omega-3, ich esse doch Fisch. Also das war niemand geläufig, dass man Omega-3 supplementiert. Ich esse doch Fischstäbchen, Zwinger Smiley. Oder Vitamin D, das war so, was, Vitamin D soll ich supplementieren, also bitte, ne? Also so, aber... Jetzt, wo die Kathi Witt dafür Werbung macht, ist es doch en vogue. Nein, ganz ehrlich, aber wenn du heute zum Arzt gehst, bekommst du ja einfach schon mit, dass einfach mal vielleicht der Vitamin-D-Spiegel gemessen werden soll, B12, Magnesium, Calcium, also das sind ja alles keine Geheimnisse mehr. Also langsam nimmt es ja auch Fahrt auf in den, wie soll ich das nennen, also in den normalen Medien, ne? Dass man einfach ein paar Vitamine zu sich nehmen sollte, einfach was tun sollte, um sein Immunsystem zu stärken, spätestens seit Covid, ja? Aber ich erlebe trotzdem noch viel zu viele Menschen, die einfach, also erstens das nicht tun, die einfach keine gesunde Routine haben. Also jeder trinkt morgens seinen Kaffee und der, der raucht, hat auch morgens seine Kippe, obwohl die Kippen immer teurer werden, ne? Manche trinken auch, was weiß der Kuckuck, Matcha und weiß der Geier, was alles, aber selten haben Leute eine Routine, wo es wirklich heißt, ich trinke morgens zum Beispiel, wie wir unser Aloe-Gel trinken, ne? Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die trinken von mir aus Apfelessig morgens, ich trinke ja auch lauwarmes Wasser mit Salzsohle, oder es gibt Leute, die trinken Zitronenwasser, ich weiß es nicht, aber selten triffst du so Leute, die morgens Routinen haben und die wirklich über den Tag supplementieren, obwohl es so geläufig ist. Ich erlebe immer mal wieder Leute, die schnappen dann mal von der Werbung auf, oh, ich habe gehört, Kollagen, der soll gut für die Falten sein, habt ihr Kollagen, ne? Ja, klar, Hammer. Und dann nehmen die eine Packung und denken, juhu, damit ist es jetzt halt getan. Moment mal, Moment mal. Ja. Die lassen sich beraten, was das Kollagen so kann, und dann gehen sie mit unserer Beratung zu ihrem Online-Shop und bestellen sich dort das Kollagen und erwarten dann wieder denselben Service. Das kann auch passieren. Ja, also... Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ist mir jetzt noch nicht passiert. Ja, aber die Leute hätten gerne alle die Informationen, aber dann komme ich wieder an den Punkt, wie schnell wirkt das, wie schnell habe ich einen Effekt davon? Ja, das Ding ist, was kostet das, ne? Ja, natürlich ist immer... Die Frage, was kostet das und wo kriege ich vielleicht was billiger? Also Leute, seid mir nicht böse, aber ich schlage alle Hände über dem Kopf zusammen. Es ist wirklich wahr. Es ist so traurig. Ich sehe Influencer, die haben scheiß Latschen an für 500, ne, für 800 Euro, ja? Also irgendwelche Chanel-Sandalen oder Gucci-Sandalen, die Prada-Tasche, die Louis-Tasche, die keine Ahnung, die Klamotten noch dazu, alles schön und gut. Ey, ich habe auch meine Markensachen. Ich will gar nichts dagegen sagen, aber dann, Leute, ich werde es nicht verstehen. Dann siehst du von denen einfach Hauls, wo die in den DM latschen und kaufen sich scheiß, Entschuldigung für den Ausdruck jetzt, für 1,99 Euro ein Balea-Shampoo. Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass Balea mega schlecht ist, aber bitte geht mal zu eurem Friseur und lasst euch über Shampoo aus der Drogerie aufklären, ja? Und noch schlimmer wird es aber dann, da rollen sich bei mir die Fußnägel hoch, wenn die dann in dieses freiverkäufliche Arzneimittelregal laufen und ich sehe, wie dann einfach so Selen, Omega-3, keine Ahnung, in die Hand genommen wird und die Leute das kaufen. Und noch schlimmer beim Discounter, dann drehst du diese scheiß Packung auf gut Deutsch gesagt um und dann ist Hauptbestandteil Sonnenblumenöl. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Sonnenblumenöl ist, ne? Also ich meine, ja, bitte. Ja, also ich war auch mit Omega-3, Omega-6, bla bla bla, ja, im Verhältnis und dies, das. Aber was ich sagen will, das können wir vielleicht auch als Titel für den Podcast hier nehmen, was kostet deine Gesundheit, ja? Jetzt denkst du, ach ja, jetzt habe ich mir die Gucci-Mucci drauf geschmiert, die Schuhe. Nein, am besten hole ich mir noch das Duschgel und noch die Pflegeserie vom gleichnamigen Hersteller. Ja, die Leute gucken nicht auf Inhaltsstoffe. Es gibt tolle Webseiten, wo man Inhaltsstoffe nachforschen kann. Leute sind eben im Handy unterwegs, da frage ich mich eben, warum wird das nicht gegoogelt? Ja, die Leute googeln irgendeinen Dreck, aber fragen nicht, was sie sich da auf die Haut schmieren. Ich habe auch, wo ich neulich da für dich in der DM habe fahren müssen, da wegen diesem Sesam-Zeug, da was weiß ich, was das war, oder Honig, keine Ahnung. Ja, ich esse so gerne Knutzen, also das sind Riegel, die sind aus Sesam und Honig. Ja, dann sind das so zwei Girlies, wirklich zwei Girlies, da mit dieser Schmalzlocke vorne im Gesicht, da vielleicht zwölf oder dreizehn. Und dann reden die vor diesem Shampoo-Regal, wie die allerschärfsten Influencer auf YouTube, diese Beauty-Blogger. Und dann denke ich mir, ey, Alter, du bist am falschen Regalmädchen. Du musst, keine Ahnung, gehen in den Bioladen oder sowas. Aber das, ja, also die Inhaltsstoffliste ist so krass. Ich finde das super, Leute. Ich finde, also, ehrlich, mir rollen sich die Fußnägel. Diese Leute haben ihr Montreal, oder wie das heißt, Parfum für, ich glaube, was nennt, was die Flasche da kostet, die auch wie das Baccarat-Roschwein an Euro kostet wird, oder wie das Xer-Job, ich habe keine Ahnung. Drei, vierhundert Euro geben die für Parfüm aus. Aber heutzutage reicht ja noch nicht mal mehr, dass man ein Armani-Parfüm für 50 Euro im Regal stehen hat. Heute braucht man ja, ne, also so richtig, so ab 150 Euro reden wir. Eigentlich eher so 300 Euro, was auch völlig okay ist, um Gottes Willen. Also, wie gesagt, wir geben auch unser Geld aus, aber im gleichen Atem, Leute, das passt doch einfach nicht zusammen. Das passt so nicht zusammen, dass ich solche Sachen habe und dann laufe ich wirklich im DM und benutze solche Beauty-Produkte. Also, mir geht es ja auch noch nicht mal darum, um DM, um Gottes Willen, ich will auch gar nicht sagen, dass die Produkte schlecht sind. Um Gottes Willen, ja, könnt ihr jetzt auch Rossmann sagen oder sonst was. Aber Leute, bitte lest doch mal die Inhaltsstoffe von den Sachen, die ihr benutzt, wie schädlich. Ja, wenn ich alleine drüber nachdenke, wenn ich schon diese Werbung immer sehe, von diesen Zahncremen, die aufhellend sind, oder von diesem, weiß weiß ich, wie diese ganzen Sachen heißen, die angeblich Zähne aufhellen, da rollen sich noch mehr meine Fußnägel, Leute, allein, wie schädlich Fluorid in der Zahncreme ist. Also, bitte. Ja, aber mein Zahndoktor sagt, Fluorid ist so wichtig. Ey. Ja, ja. Und es gibt wieder 20 Zahnärzte, die sagen, raus mit dem Fluorid. Ja, aber was ich auch sagen muss, was ich auch selber so erlebe, auch nochmal durch die Arztgänge, ich rede jetzt nicht vom globalen Unterschied oder Ungleichheiten, die es da gibt, auch von der ärztlichen Versorgung. Wir sind ja sehr gut versorgt, jetzt dürfen wir auch nicht immer alles schlecht reden. Ich merke halt einfach auch nur so, wenn dann gesagt wird, hä, er ist ja schon 88, ne? So, was will man da jetzt noch großartig machen? Ich glaube, da fängt es ja schon an. Nur weil jemand schon sein Leben gelebt hat, heißt ja nicht, dass es jetzt so vorbei ist. Ja, wir wollen ja jetzt auch nicht sagen, dass man jetzt hier total nur noch gesund und was weiß ich. Das kriegst du doch eh mit hin. Und guck mal, was für Umwelteinflüsse wir ausgesetzt sind. Es geht ja nicht darum, zu sagen, ja, trink, also ne, ich meine, es ist ja jedem seine Entscheidung. Es geht ja nicht darum, zu sagen, trink jetzt keinen Kaffee mehr. Generell, Koffein ist schlecht, Alkohol ist schlecht, Zigaretten sind schlecht, Drogen sowieso. Mach keine Party mehr, mach gar nichts mehr, ne? Also ich meine, klar, jeder hat eine andere Form von Spaß und Leben und jeder sollte ja irgendwo auch leben und leben lassen. Aber ich will nur sagen, dass es für mich einfach so furchtbar, furchtbar, wie sagt man das? Also das passt einfach nicht zusammen, dass ich auf der einen Seite eins auf High Society Schickimicki mach, ja? Und total einsehe und akzeptiere, dass ich für Augenbrauen, wie nennt man, nee, für Wimpern, Lashes, was weiß denn ich, 100 Euro bezahlt. Aber es ist dann völlig in Ordnung für euch, für 1,95 ein Shampoo zu kaufen oder, weiß ich nicht, genau so, sorry, ich will auch nichts gegen diese Drogeriemarken sagen, ne? Also Essence und wie die alle heißen, ne? Um Gottes Willen will wir da wirklich nichts sagen. Aber irgendwo passt es doch auch nicht, dass ich dann die Wimperntusche für drei Euro habe und, und, ich weiß nicht. Ja, aber der Preis wird ja über die Menge gemacht, der Bullshit. Bullshit, ja, Bullshit, ja, wir wissen auch alle Aufpackwaren, die sind von der Qualität auch nicht besonders, ja, dass schon, dass sich beim klassischen Bäcker die Fußnägel aufrollen, ja? Wir dürfen uns nichts vormachen, was gewollt ist und was auch gebilligt wird von der Gesetzgebung, was alles in, was an Inhaltsstoffen so weitergegeben wird. Wenn dann sich eine Gesundheitsministerin hinhockt, ich weiß nicht, in welchen, oder in welchen, oder war es eine Innenministerin von irgendeinem Bundesland, da ging es um eine Limonade. Eine Limonade darf sich erst ab zwölf, zwölf Gramm Zucker, ne? Also wirklich, nagel mich nicht drauf fest. Da war eine Limonade, da haben zwei Gramm Zucker gefehlt, darf sich nicht Limonade nennen, mach zwei Gramm Zucker rein, dann darf sich Limonade, ey, Jebati, das ist doch, nehmt den Zucker raus. 35 Kilo Zucker werden vom Erwachsenen durchschnittlich konsumiert. Das ist unser Gift, das Gift der heutigen Zeit, der Zucker. Ich bin ja auch ein Zucker-Junkie, wenn ich so sagen will, ne? So, was Süßes ist mal schnell, ne? Im Mund und keine Ahnung, ne? Ich bin ja gut gefahren. Aber da fängt es doch schon an. Was ist von der, von Gesetzgebung? Aber ich glaube, genau da ist auch der Fehler. Ich muss wirklich sagen, ich sehe Menschen, die so, so schlecht aussehen, wirklich so schlecht im Gesicht aussehen, wo ich mir einfach die Frage stelle, Leute, was stimmt mit euch nicht, ne? Also man hat irgendwo so ein Wahn, ähm, keine Ahnung, schlank sein ist alles, ne? Also man muss am besten rappeldür sein, aber euer Gesicht, bitte vergesst doch euer Aussehen nicht, euer Gesicht nicht, also ich weiß nicht, es gibt Leute, die sehen ja so eingefallen und fahl aus und wirklich fahlgrau. Also, die Haut wirklich grau und ich sehe davon so, so viele Menschen und wenn ich jetzt wirklich die Leute angucke, die bei uns in der Firma sind, kann auch von irgendeiner anderen Firma sein. Ich kenne jetzt aber halt nur meine Kollegen, die da arbeiten, wo ich weiß, dass die die Produkte nutzen. Du siehst einfach den Unterschied. Wenn ich an die Marie-Luise Treuding denke, wie alt ist die Marie? 67. War ein paar und 60, oder? 67 oder so, die Frau, ganz ehrlich, ich finde, die sieht aus wie 50. Ganz ehrlich, die hat so eine glatte Haut, so ein glattes Gesicht, die hat noch nicht einmal was vom Botox, noch nicht einmal irgendwie eine Hyaluron oder weiß der Kuckuck was Spritze bekommen. Die trinkt einfach nur morgens die Aloe, die ernährt sich gesund, die nimmt ihre Supplements noch dazu und die nimmt weitaus mehr, wie, sage ich mal, auf einer Packungsbeigabe steht, ja. Und die Frau ist einfach das blühende Leben und die ist gesund und so gibt es ganz, ganz viele bei uns, wo du einfach siehst, dass die über Jahre hinweg schon die Aloe konsumieren, aber auch natürlich andere Nahrungsergänzungsmittel. Und dann denke ich mir, du siehst so sehr den Unterschied, du siehst das Leuchten einfach bei den Leuten, du siehst dieses Gesunde und dann siehst du Menschen, die sehen einfach, wie gesagt, nur grau aus, wo ich mir denke, wo ich dann manchmal schon Angst kriege und denke, die sehen wirklich krank aus. Ja, aber dann ist es ja auch so, guck mal, wie die Kosten explodiert sind, aber es gibt immer weniger Leistungen. Ja, aber dann... Ja, es ist krass. Ja, aber jetzt bist du beispielsweise so eine fahle Person, denkst, oh, vielleicht Vitaminspiegel bestimmen lassen. Nee, den musst du selber bezahlen. Warum ist nicht Vitamin D, ja, Vitamin D3, standardmäßig in der Blutuntersuchung dabei? Warum muss ich dann mindestens 30 bis 50 Euro berappen? Wenn es reicht. Ja, wenn es reicht, ne. Wenn du dann ein gutes Labor hast, hast du mal Glück. Aber auch das mit dem ganzen Immunologen, das ganze Thema, was wir hinter uns hatten, wo man zig Termine, das waren ja zigtausende von Euro für Blutbilder, die für meine Begriffe normal sein sollten. Ja. Soll ich mir jetzt mein LDL und HDL, was weiß ich, Cholesterin, bestimmen lassen, damit du mir sagst, ey, ich soll irgendeinen Cholesterinhämmer zu mir nehmen, dass ich da wieder zum Dauerkunden werde? Ja, aber sagen wir doch, wie ich runterkomme von dem Cholesterin. Aber wie ist denn die Cholesterinforschung heutzutage? Wann haben sie denn ihr Doktorandum gemacht? Ist es denn vor 40 Jahren gewesen? Seitdem haben sie sich immer befolgt. Ich kann ja dann auch unterstellen, weil es wird immer dem Kunden, also dem Patienten viel unterstellen. Aber was ist mit den Doktoren? Ja, wenn ich gucke, in meiner Psoriasisbehandlung, Dreh- und Angelpunkt ist der Narm irgendwo. Ja, aber da wird nicht angesetzt. Da wird gesagt, mach eine Biologikerbehandlung. Ja, toll. Weil halt heutzutage, und Leute, glaubt mir, es wird immer nur das Symptom behandelt, nicht die Ursache. Du gehst irgendwo hin, du sagst, du hast die und die Schmerzen, dann heißt es am besten Ibuprofen. Der Arzt hat dich noch nicht mal richtig angeguckt. Der geht, wird einfach nicht auf die Ursachen. Wie sehr dich Ibuprofen schon bummst, ne? Ja, also da wird gar nicht nach der Ursache geforscht. Und der Fakt ist doch, ich will doch nicht nur den Schmerz, der am Ende der Kette steht, abschalten. Oder betäuben, ich möchte doch die Ursache finden, warum ich diesen Schmerz überhaupt habe. Weil das vielleicht die Ursache ist, warum es mir auch wegen vielen anderen Dingen schlecht geht. Aber die Sache ist ja die, wenn wir jetzt von den Menschen reden, die wirklich fahl aussehen, abgeschafft, müde. Dann sagen viele, naja, es ist auch wirklich seit Corona viel passiert. Das Leben ist passiert, wir haben so viel Stress, wir haben so viel Stress, mir geht es auch nicht gut. Hey, verstehe ich alles. Also ich glaube, wir haben die schlimmsten zweieinhalb Jahre unseres gesamten Lebens mitgemacht. Und unser Leben war nicht immer nur Zuckerschlecken. Also wir haben schon richtig viel Scheiße erlebt. Verstehe ich absolut, um Gottes Willen. Also an uns sind diese zweieinhalb Jahre auch nicht spurlos vorbeigegangen. Vielleicht sehen wir nicht Scheiße im Gesicht aus, weil wir halt einfach das Richtige schon seit sieben Jahren tun. Dafür haben wir trotzdem auch Medikamente nehmen müssen, Blut, Dein, Kortison, ich. Andere Sachen, warum wir einfach Gewicht draufgepackt haben. Und das ist natürlich auch belastend, ja. Aber letzten Endes, ganz ehrlich, wenn es mir mental schlecht geht, und dann muss ich eben auch da mal ein paar Euro in die Hand nehmen und muss mich darum kümmern, dass es mir mental wieder gut geht. Und es gibt so, so viele Sachen da draußen, die man tun kann, für Mental Health, also wirklich für entgegenzuwirken. Der erste Schritt, wer mag, geht zum Arzt und sagt, ich brauche einen Therapeut, ich brauche einen Psychologen, das kostet dich 0,0 Euro. Das dauert aber, weil die sind komplett ausgebucht. Aber du kannst selber Sachen tun. Du kannst Reiki machen, du kannst Hypnose machen, du kannst Meditationskurs machen, Yoga, sag mal, du noch was, keine Ahnung, was man noch alles machen kann. Du kannst in eine Familienaufstellung gehen. Ja, Entspannungsübungen, progressive Muskelentspannung. Du kannst sämtliche Bücher dir kaufen, Literatur lesen. Du kannst Gruppentherapie machen. Du kannst dich mit ayurvedischer Ernährung auseinandersetzen. Ja, du kannst zum Beispiel das, du kannst, es gibt so, so viel da draußen, was man für Mental Care machen kann. Aber das kostet Geld. Und in der Regel kann man mindestens mit 80 Euro die Stunde rechnen. Also egal, ob ich jetzt bei der Heilpraktikerin bin, die will 80 Euro die Stunde, ob ich jetzt eine Hypnose-Stunde mache oder keine Ahnung, also plus minus, natürlich runter und hoch. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Und ich würde ganz dringend raten, da definitiv anzufangen. Also wenn man Geld investiert, erstmal sowieso in seine psychische Gesundheit, weil damit verhängt auch schon sehr viel zusammen. Und Psyche und Vitaminhaushalt hat auch viel miteinander zu tun, weil ein Vitamin-D-Mangel, B12-Mangel, das sind alles Punkte, die auf die Psyche gehen. Also wenn ihr da einen Mangel habt, kann es sein, dass ihr einfach eine Verstimmung habt, weil einfach verschiedene Vitamine fehlen, beziehungsweise euer Hormonhaushalt hat auch viel damit zu tun, wie es euch psychisch geht. Also deswegen, es ist irgendwo alles ein Rad und hängt zusammen. Aber wie gesagt, bitte kümmert euch darum, dass es euch wieder psychisch gut geht. Ich höre so viele Menschen, also heute Abend hat man es gerade wieder davon, und es gibt so viele Menschen, die kommen an einen Punkt im Leben, wo die einfach nicht mehr wollen, wo die wirklich einfach die Bremse ziehen und sich das Leben nehmen. Und das höre ich immer öfter. Und es ist so, so schlimm, wo man sich denkt, wie schlecht muss es einem Menschen gehen, dass so ein Schritt passiert. Und auch den Menschen hätte vielleicht geholfen werden können, ich will nicht sagen hätte, vielleicht, ja, wenn man sich darum gekümmert hätte und wenn einfach auch bei uns dieses Thema, ich meine, es ist schon besser geworden, aber wenn dieses Thema einfach wichtiger wäre, dass es normaler wäre, dass man sich darüber unterhält, dass man eben heute beim Therapeuten oder beim Psychologen war oder eben in, keine Ahnung, in der Reiki-Sitzung oder sonst was, wenn diese Dinge normal wären, also bei uns sind die normal übrigens, dann wäre auch vielleicht der Gesundheit ein Stück weit geholfen. Und wenn ich dann immer so die Leute erlebe, gerade so eine Brustvergrößerung, Magen-OP, alles, was so mit Schönheits-OPs zu tun hat, das hat ja alles, was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also ich, mein Selbstwert, ich gefalle mir so nicht, wie ich bin. Und auch da ist der erste Ansatz, dass ich mich um meine Psyche kümmere, um mein Essverhalten, um mein Stresslevel, zum Beispiel, wenn man viel Stress hat, gibt es Menschen, die produzieren viel Cortisol und wenn man viel Cortisol produziert, dann kann man auch nichts essen und man wird nichts abnehmen. Also auch das hängt ja irgendwo zusammen. Deswegen, es wäre so wichtig, dass man in diese Themen vielleicht erstmal investiert, in das Thema ganzheitliche Gesundheit, bevor man mit allen anderen Dingen. Ja, aber wenn ich meine Magenband-OP haben möchte, ja, aber es ja an der psychischen Beratung scheitert, ich bekomme es trotzdem, weil es wird durchgewunken, weil ich ja dann, ich bin ja trotzdem ein Patient und dann wird das so und so gemacht. Ja, natürlich. Ja. Oh, sorry. Ja. Was wollte ich denn sagen? Ja, es fängt alles im Kopf an. Natürlich, ich kann mir nicht herbeibünschen, dann gesund zu sein, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit, anfangen, positiv zu denken und nicht immer alles schwarz zu machen. Ja, aber auch vor allem, auf der einen Seite werden wir überdiagnostiziert, ja, Überdiagnosen werden festgestellt, dann wirst du hier vollgepumpt und auf der anderen Seite, wie bei mir, wirst du einfach schlecht beraten, ja, dabei war es einfach, im Rippenbogen, musst du in eine Rippe wieder reingedrückt werden und das war es dann auch. Ja, die hätten wir vorher den Arm aufgeschnitten und hätten geguckt, was mit dem Nerven los ist. Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Natürlich, auf der einen Seite, wie wird im Gesundheitssystem bezahlt, in der Gesundheitsbranche, Pflegepersonal und so weiter und so fort, eine eweige Diskussion, da haben sie die Leute auch verarscht, während der Corona-Zeit, wie ist das, mit Zahlungen und Versprechungen, die nicht eingehalten wurden. Ach, es ist ein riesengroßes Thema, aber ich würde mal sagen, unterm Strich kann man sagen, schaut, dass ihr psychisch auf der Reihe bleibt, schaut, dass ihr, das ist auch so ein lapidarer Satz, schaut, euch ausgewogen ernährt, und natürlich schaut, dass ihr von Convenience fernbleibt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, schaut, dass ihr Bewegung implementiert, jede Bewegung ist ein Gewinn, sei es Yoga, sei es Spaziergehen, sei es Walking, sei es dies, sei es das, geht ins Fitnessstudio, macht ein bisschen Cardio, ein bisschen Gewichte, macht mit eurem Körpergewicht zu Hause irgendwas, ein bisschen muss man was machen, für den Bewegungsapparat, für Sehnen, Bänder und was weiß ich nicht, für die ganze Muskulatur, aber natürlich auch hat es einen positiven Effekt auf den Kopf, auf die Psyche, auf die psychische Gesundheit und alles andere, ja, kann man denke ich dann mit ein bisschen Einsatz schon vermeiden, ich rede auch nicht vom Kraftsport, wo ihr euch dann schindet und dann eure Knochen kaputt macht, weil ihr zu viel Workload habt, zu viel Gewicht drauf macht und was weiß ich nicht, darum geht es nicht, ich denke mal auch in einem gehobenen Alter 40 plus, dann geht es auch nicht darum, um neue Gewichte und PAs zu machen, da geht es einfach darum, ich sage mal, gegen den Verfall, das ist auch wieder so negativ behaftet, einfach, um den Alltag gerecht begehen zu können, musst du dir so ein bisschen Belastung machen, auf Trainingsbasis, aber es nicht übertreiben, genau. Ja, es ist einfach, es ist einfach so wichtig, dass man sich um seine Gesundheit kümmert und ich weiß, es klingt immer blöd und wahrscheinlich gerade für jüngere Leute, die denken, ach, ich bin doch so jung und egal, Hauptsache sexy maxi und weiß ich nicht was, ja, aber so alt sind wir auch noch nicht und leider Gottes mussten wir jetzt, wie viele übrigens in den letzten Jahren, einige Verluste in der Familie verschreiben und da weißt du einfach, dass es nichts Wichtigeres gibt wie Gesundheit. Und auch, wie gesagt, wie Thomas sagt, wenn man jetzt mit dem Opa zum Arzt geht, um Gottes Willen, toi, 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 wir können froh sein, der Mann ist 88 Jahre alt und für sein Alter echt super, also, der ist gesund, also das, was er hat, das ist für das Alter wirklich nicht der Rede wert, weil wenn ich überlege, wenn er schon im Krankenhaus war, da lagen Männer bei ihm im Zimmer, die waren 30 Jahre jünger und die konnten nicht mehr mehr laufen oder so, ja, also um Gottes Willen, aber nichtsdestotrotz auch mein Opa ist jemand, der durch meine Oma immer sehr gesund unterwegs war, also auch der hat Sport gemacht bis ins hohe Alter, bis heute geht er noch draußen spazieren, wo er sagt, er muss sich mal bewegen, der hat sich auch schon immer gesund ernährt, also keine Fertiggerichte, keine Fertigprodukte, alles frisch gekocht, der hat nie geraucht, alkoholmäßig, also so würde ich sagen, normales Konsumverhalten von Alkohol, ja, also deswegen, es ist wirklich so wichtig und ich finde, wenn es einmal dreckig geht, wenn es einmal schlecht geht, dann merkt man wieder umso mehr, wie sehr wichtig einfach nur gesund sein ist und alles andere ist echt Nebensache. Yes, yes, Amen, wie gesagt, wir wollen nicht alles schlecht reden, es gibt auch positive Entwicklungen durch die Digitalisierung, aber das ist halt eben auch nicht alles, da wirst du ein bisschen gläsern, ja, nicht nur für deinen Doktor, sondern auch für deinen Arbeitgeber und je nachdem, welche Stelle dazwischen noch geschaltet und gefunkt ist, aber ich finde sie ganz cool, diese App, wo du Arzttermine ausmachen kannst, der Doclip, oder wie das heißt, aber jetzt auch hier, herstellen keine Werbung, keine bezahlte Werbung, wie gesagt, Appell, wir kümmern uns um unsere Gesundheit, wir kümmern uns um unsere Gesundheit, ihr kümmert euch bitte und auch kümmert euch um die Gesundheit eurer Liebsten, ja, auch wenn man da gemeinsam und gesamt was erreichen kann, ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, geht zu unseren Themen, lasst gerne ein Abo da, ein Like, ein Kommentar, ja, würde uns auch sehr freuen, wie ihr das Ganze seht und bis dahin, bleibt uns gesund und bleibt uns stabil, ciao. Ciao. Ciao.